Ich fahre zu Berlin-Alle, weil ich mir erhoffe, dort mögliche Sponsoren, Investoren, Business Angels oder Kooperationen zu finden. Wir machen keinen Film. Wir machen einen interaktiven Thriller, der von der Community gesteuert wird und beleuchten so reelle dokumentarische Fakten wie Finanzwelt und Überwachung. Hallo? Ich möchte ein Spiel spielen. Was denn für eins? Ein transmediales.